Das ist der Auto da, by the way. Oh ja. Ali? Ey! So glücklich, wenn der nicht umgefahren hätte. Hast du es gesehen, wie ich noch so gerade in diese Lücke reingekommen bin? Junge, ey, ich fähre geradeaus auf dich zu und leck dann auf mich, hä? Er sagt Ali.